willkommen zurück bei einer weiteren folge little nightmares für die switch wir sind unterwegs in der zweiten geschichte und zwar mit kit dass der hier und ja los geht's schlampe kann man sehen das nicht gesehen das noch ein licht wir laufen aber nicht so leicht hoch hier ein geheim blick aber da hängt er fest ja guck mal ja guck mal die können wir nicht ganz gut benutzen ich helfe uns jetzt ja muss ich schon mitnehmen weil er gewicht muss ich schneller sein wahrscheinlich ich muss darüber werfen ja super ich komme schon hier keine angst weil du musst du mich an den griff daran das könnte man wegschieben kann man scheinlich ich von der seite hier ach guck mal muss mithelfen andere seite kommentiert auf die andere seite hier musst du helfen das ist natürlich cool muss man zu zweit jetzt weitermachen die auch witzig gemacht durch 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 äh ah jetzt war der da sind wir da rüber ne da sind wir nicht einfach so rüber da oben ist noch ein wicht drin vielleicht können wir den befreien ok ja wie befreien wir den wir kriegen wahrscheinlich nicht auf so einfach warte mal die kohle kann man die kohle machen ist die frage kann man sie nutzen um ein portal zu öffnen warte mal warte mal wir gehen aber zurück ja noch noch etwas anderes machen hier du musst mitkommen noch ein bisschen durch vielleicht kannst du den koffer da oben runter werfen wenn ich dich da hochwerfen schieben 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 hm dann musst du deinen Kollegen da befreien hm 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 warte nicht ist hier noch etwas hier ist der rausnehmer ja macht jetzt nicht so viel sinn kann man auch nicht hoch mitnehmen hier habe ich einen fehler gemacht habe ich einen fehler gemacht ok das war richtig was muss man denn machen also schieben kann er da oben jetzt ja nicht alleine wie es aussieht ich muss ihm zeigen ach guck mal her ja ich liebe dich auch liebe euch alle mit meine freunde ich muss aber auch da hoch und helft den Kollegen mal das runter zu schieben ja super perfekt ich liebe euch alle ja hoch ach warte mal jetzt muss ich natürlich die tür aufmachen da ne komm mal mit ich kriege mir die tür gemeinsam aufgeschoben los würde schneller gehen wenn der dritte heini auch kommen sollte lecker okay komm mit komm mit ich geh mal mit und los geht's zu dritt geht's Ah, guck mal! Danke! Ah, drei Richtel, auch nicht schlecht. Ich will uns irgendwie helfen. Okay, Luke, wo nichts passiert. Okay, warte, soll ich denn die Leute helfen da, oder was? Pass auf, die schippen da Kohle rein, okay. Wir gehen vielleicht die Motoren gleich an hier. Dann schmeißen wir auch was rein. Ich weiß zwar nicht, wie viele rein sollen, aber... Ah, warte mal, wir können ja noch mehr Kohle holen. Da sind aber was runtergekommen hier hinten. Ah, es geht auf jeden Fall irgendwas in Gang da, ne? Oh, hier hoch wahrscheinlich. So am Meer rein. Da. Hier gehen die Dinger hier wieder hoch. Warte mal. Ach, hier, die Leiter ist runtergekommen. Habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Warte. Oh schon, da hoch. Los geht's. Oh, komm, wir waren ganz nach oben. Oh, da hängt schon wieder so ein Galgen. Geben wir noch eine Etage höher. Oh, holte Richtung. Hier. Hier geht's hoch. Oh. Geht's ja auch ab und zu so ein bisschen. Warum hängt jemand? Oh, Sünde. Das ist eine Tür. Da muss ich ruhig ran, ne? Oh. Na gut. Geht's gut? Ne. Nein. Schnell, steh auf. Der lange Arm kommt. Oh. 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 Ach guck mal, da kann ich nicht durch. Oh, hier müssen wir mal aufpassen. Eigentlich hört er uns ja nicht. das war auf dieser watte von ihnen gehen da oder die nicht in der watte diese pilspaar wir hören uns ja wirklich nicht was echt leise ist wie soll man denn die frage wie man da reinkommt er kommt ja relativ zügig das ist nicht leicht zu lösen da müssen wir mal schauen uns wird gleich was einfallen na ach die ladezeiten müssen wir ihn irgendwie ablenken mit anderen lärm drück kann ich nicht mehr nee drück geht nicht mehr ok aber ich habe eine idee da hinten kann man ja auch noch längs gehen da drüben ist ein affe die kann man sich irgendwo hinwerfen oh ich habe es ich habe es ich habe es Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich komm auf die Hinterseite, wie denn jetzt? Nein, nein. Sollte passiert jetzt irgendwas? Gar nicht so, ob ich mal das Brett da oben rauchte. Hä? Der kommt gleich da hoch? Warte, ah! Wie ist das? Hoch da. Ja. Na? Hä? Geht nicht auf, bitte. Also. Was ist denn? Was ist denn? Hä? Okay, also das brachte irgendwie gar nichts. Da haben wir zwar die Lohre geschoben, aber irgendwie... Da drüben war aber auch nichts mehr, ne? Komm mal, wir müssen die nochmal hier hinten hinschieben. Kommt. Hält mir mal? Nein, lass mal los. Da. Wir ziehen hier nochmal zurück. Ja, stimmt doch nicht. Ja, das habe ich übersehen. Das muss ich was. Ich hab mal die Lohre da oben auch besser gebraucht. Okay, hier sind wir durchgekommen. Wahrscheinlich hoch, weil der dritte Mann nicht mitkommt. Ah, Mann, das ist nett. Ich hole den anderen. Ja, ich hole den anderen Kreuz. Könnt ihr mal da stehen? Kommt die immer noch hinterher gedackelt? Weg. So, komm mal mit. Du musst helfen. Ja, jetzt steht ihr beide da, oder was? Okay, mit. Gut. Und hier ein. Das kommt. Geht der eine da noch? Ne, da kommt der. So, komm. Ja, helf mal mit. Na, nach oben schieben nochmal. Nein. Klasse, los. Jetzt kommt alle helfen mit und dann sind wir oben. Alle helfen mit. Super. Ja. 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 Okay, wahrscheinlich können wir ja bei mir stehen. Zu weit. Ist doch zu weit. Komm, ziehen wir schon die zurück. Nein, lassen wir los. Mann. So, stopp. Ich will mal gucken, ob ich da hochkomme. Gibt's ja Sinn. Ah, okay. Dort ist der Weg. Ah, geht's rein. Guck uns an. Wartet jetzt. Weiter Raum. Oh. Ich glaube. Ja. Gucken wir, wie es beim nächsten Mal weitergeht, ne, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.